Musik Der Goldene Hirsch in Ipsitz ist ein Traditionswirtshaus, das sich mittlerweile schon 250 Jahre auf diesem Ort befindet. Musik Die Besonderheit von unserem Wirtshaus ist sicher unsere uralte Gaststube aus dem 18. Jahrhundert, wo sich Unternehmer und Bauern bei einem Gasal treffen und über Gott und die Welt plaudern. Beim Goldene Hirsch haben wir noch unseren wunderschönen Gasgarten, wo der Schani noch klassisch über die Straßen serviert. Musik Dort sitzt man dann unter zwei wunderschöne alte Kastanienbäume und kann sein Feierobendbier genießen. Musik Einzigartig beim Goldene Hirsch ist sicher auch Saisalettl neben einem Brolingboch, wo wir Familienfestl ausrichten können. Musik Für Busreisende oder große Gruppen sind wir natürlich das perfekte Wirtshaus, die die Welt des Eisens, das Ferrum oder die Schmiedemeile besuchen. Musik Bei unserer Küchenphilosophie bleiben wir unserer Region teuer. Da kaufen wir einen beim Beck ums Eck, beim Fleischhockerstickel vorn und die ganzen landwirtschaftlichen Produkte wie ein Speeg, wie ein Baumbrot, wie eine Butter, wie einen Kass holen wir sie von unserer Bauern. Musik Wir leben die Tradition und die Gemütlichkeit von unserem Wirtshaus und ich als Wirt und meine Mitarbeiter schauen, dass es euch gut geht und dass es sich bei uns wohlfühlt. Musik Der Goldene Hirsch in Ipsitz ist ein Wirtshaus, das keine Wünsche offen lässt, wo man charmant verführt und so manches Geschichterl erzählt wird, bis der Abend langsam ausklingt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020